ja ist ja die letzte fahrt eigentlich am samstag unter der kvg wohl danach ist ich habe erst nach 2008 für die buslinie fest eingeordnet brauche ich nicht für auch es sieht schon sauber aus ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ja, aber das Sauknapp ist ja ziemlich groß drin. Hey, ist nur bis zu Kassel so ungefähr in der Bereich. Weiter nicht. Ja, genau, da ist so der Schritt. Welche Bildseilung hast du dahinter? Ja, da ist so. Ja, das fängt nicht so. Ja, das fängt nicht so weiter. Weißt du, fällt dir unter der Flagge von der V.O.G. dann. Unter der Flagge von der V.O.G. fällt die dort dann weiter. Also Munster, Bispingen, Solltau dort. Ja, als nächstes kommt ja jetzt in der Flachstein oder wie die Gesellschaft heißt und dann wird es immer bei der Munster geteilt. Ja, das weiß ich. Was? Ja, natürlich. Ich war noch nie dort. Das Ding hat immer geschlossen, wenn ich hier so vorbeifahre, zu. Ja. Da war dann auch nicht mehr. Ich habe jetzt einen ridiculousen Tag und zweiенноständigen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, aber wenn es ein Takt ist, dann ist es schon viel besser, denn dann braucht man immer nur eine Uhrzeit zu merken und einfach den Takt zu merken. Also wenn es ein 2-Stunden-Takt ist oder ein 3-Stunden-Takt, dann merkt man, dass auch die Uhrzeit dazwischen und fertig ist. Nur an den Samstagen, Montag bis Freitag ist hier ohne Anrufe, da ist eine normale Linienfahrt und dann früh Freitag. Ja, klar. An den Samstagen verbessert sich das Angebot natürlich auch, von 2 Busfahrer auf 4. Also die letzte Abfahrt war um, ich glaube, 15 Uhr ab Schneeverding. Das ist schon etwas besser als jetzt. Ja, aber Fahrradstabler sind nicht schön. Ohne Fahrradstabler. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020